Der Kampfgeist von Kiel ist heute leider nicht belohnt worden und somit willkommen zum Talk Holstein Kiel gegen den KSC. Ja, die Kieler sind ja, ich sag mal, motiviert ins Spiel gegen den KSC gegangen. Man hat ja den großen Trippelsieger FC Bayern im DFB-Pokal rausgeworfen. Aber ich glaube, die waren noch so ein bisschen im Feiermodus, denn die sind ganz früh in Rückstand geraten in der sechsten Minute. Und man muss auch dazu sagen, in den ersten Minuten, vor allem, ich würde sagen, in der ersten Halbzeit fand ich Karlsruhe besser. Und die haben es auch verdient, in Führung zu gehen. Was mich dann wiederum nur ärgert, die Abwehr von Kiel, sowas ist einfach unnötig, sowas zuzulassen. Und man weiß, wie, wie heißt es, standardsstark Karlsruhe ist, dann darf man sowas nicht zulassen. Und ja, verdient mit einem zu einem Rückstand gegangen. Dann, vor der Pause, hätte man das zumindest hinkriegen können, mit einem zu einem Rückstand zu gehen. Aber was mir auffällt, Kiel hat nicht in letzter Zeit schon immer die Probleme gehabt, kurz vor der Pause oder allgemein, ich sag mal, die Stände in die Halbzeit zu bringen. Und ja, man hat dann noch das 2-0 kassiert. Und dann schien ja eigentlich schon fast alles gelaufen. Dann in der zweiten Halbzeit kamen allerdings ein paar Spieler rein, wie zum Beispiel Lee. Und auf einmal, Kiel hat die ganze Zeit gestürmt und war auch das bessere Team, kommt der Anschlussreffer zum 1-2 durch Serra. Ja, ist ja noch genug Zeit, kann ja noch was passieren. Dann, 77. Minute, Kiel gleicht aus. Und auf einmal steht es 2-2 und man hat wieder Hoffnung, zumindest mindestens einen Punkt hier zu behalten. Aber, wie immer, die Kieler lassen wieder die Karlsruher stürmen. Blöd gefoult in der Nähe des Strafraums. Freistoß für Karlsruhe, gab ein bisschen Gewusel. Und dann macht wieder kurz vor Schluss Karlsruhe den Sieg. Perfekt. Und somit hat Kiel, das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, verloren. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass Kiel jetzt in einer Krise ist. Jedes Team, das kann Hamburg sein, es kann Fürth sein, es kann auch noch Bochum, kann das auch noch passieren. Jedes Team wird irgendwann in der Saison eine Schwächephase haben. Das ist völlig normal. Und Kiels Schwächephase ist eben jetzt. Die Stärke ist eben daraus zu ziehen, was man besser machen kann, beziehungsweise wieder eine Serie entstehen zu lassen mit 5 oder 6 Spielen, ohne zu verlieren. Oder vielleicht sogar 5 Spiele in Folge wieder zu gewinnen. Sowas muss man wieder schaffen. Man muss jetzt bloß analysieren, warum in den letzten Partien so viele Gegentore gefallen sind, beziehungsweise, dass man die ganze Mannschaft nochmal vielleicht ein bisschen zusammenschweißt. Denn Kiel ist trotz des Ganzen nur auf Platz 4 abgerutscht in der Tabelle. Das bedeutet, die sind nur, also wenn Hamburg morgen gewinnen sollte, nur einen einzigen Punkt hinter dem dritten und nur drei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Das ist alles sehr eng und es kann sich in den nächsten Spielen schon wieder alles ändern. Und gegen Darmstadt nächste Woche muss man das auf jeden Fall besser in den Griff kriegen. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen, ja, natürlich ist die Stimmung jetzt ein bisschen im Keller, aber man muss es einfach hinkriegen, wieder nächste Woche zu punkten, beziehungsweise zu siegen. Wie fandet ihr das Spiel? Findet ihr, Kiel hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Talk und ciao.